Tausende jüdische Musiker und Komponisten wurden von den Nazis aus Österreich vertrieben oder in Konzentrationslagern ermordet. Der Verein Exil Arte unterstützt unter anderem von Nationalratspräsidentin Prammer, arbeitet diese vergessene Zeit auf und hat nun im Wiener Palais Eppstein eine umfassende Online-Datenbank präsentiert. Mehr als 10.000 Werke aller Musikrichtungen sind laut Schätzungen von Exil Arte von den Nazis vernichtet worden. Die Online-Datenbank versucht diese Lücken in der Musikgeschichte zumindest teilweise zu schließen und sammelt Namen und Werke von vergessenen österreichischen Musikern wie Ruth Schöntal oder Karl Weigl. Die Beschäftigung mit diesen Künstlern hat allerdings auf sich warten lassen. Erst jetzt, am Ende des 20. Jahrhunderts, am Beginn des 21. Jahrhunderts ist man bereit, sich mit diesen Werken wirklich auseinanderzusetzen und hoffentlich auch wieder ins Repertoire zurückzuführen. Diese Werke sollen nun für das Publikum hörbar gemacht werden. Den Anfang macht eine CD mit den Kompositionen des Wieners Hans Gahl.